40 Jahre verheiratet. Das ist echt krass. Erstickt. Zum Beispiel Hamid. Der Herbert, der war alles für mich. Freunde, wir haben einen neuen Toten. Ich konnte ja das Zug nicht nach Köln nicht bezahlen. Meine Kleine hatte so große Träume. Die Fremd-DNA ist in beiden Fällen identisch. Erst volltanken, dann einsteigen. Was genau mache ich hier? Kennen Sie diesen Mann? Nee. Kennen Sie diesen Mann? Nee. Kennen Sie den? Nein. Noch einer. Das klingt völlig irre. Ist es ja auch. Paul Leonard war in jedem dieser Tatorte. Ich kenne Paul. Er ist der beste Mensch, dem ich je begegnet bin. Da traue ich mich der Schwiegermutter. Oder ist es eher so, dass ihr beide euch durch Bayern mordet?